ÖSV-Kinderschneetag powert bei Spar Natur Bur. Noch Ruhe vor dem Sturm, aber in Kürze werden hier an die 1000 Salzburger Kinder in Saalbach-Hinterklemm vor Ort sein und werden den Spielplatz Schnee ausfüllen mit viel Freude und vor allem mit unglaublicher Kreativität. Diese Kinderschneetage werden veranstaltet von den Vereinen, von ÖSV-Vereinen, die im Jahr um die 10.000, 12.000 Kinder auf die Piste oder in den Schnee bringen. Ja, es ist richtig cool, vor allem die ganzen unterschiedlichen Stationen, die aufgebaut worden sind. Ich glaube für die Kinder mega, ob sie zum Vormittag oder statt in der Schule sitzen, ist das spannend, oder? Das kann ich verstehen, habe ich auch lieber mögen, wenn ich einfach draußen mache. Nein, es ist ja Wahnsinn, wenn man die Kinder sieht, was die für Freude haben, das ist einfach nett und der Hilfe folgt gerne aus. Ja, es ist ein super Event der ÖSV-Kinderschneetag. Das taugt mir. Die Kinder sind motiviert, so soll es jetzt sein. Wir waren dann auch bei diesem Parcours da drüben und da habe ich mit meinem Freund David ziemlich viel zusammengearbeitet und es hat mir hier sehr gefallen. Da vorne Snowboarden, das hat mir sehr gut gefallen und ich finde es generell hier sehr toll. Das ist wirklich eine coole Sache und ich glaube genau sowas braucht der Sport in Österreich. Es ist super, wenn man die Kinderaugen wieder sieht, das Strahlen, was man jedes Jahr sieht und das freut mich wahnsinnig und für mich eigentlich im Pflichttermin für Breitensport da dabei zu sein.